Ohne Hilfe, sag ich mal, zu schaffen So Geht's doch zu Fuß weiter Alles klar Ja, gut, runter Hopp Da muss ich wieder über ein paar Bäume hüpfen Alter Schwede, was für ein Gewitter Jawohl, aber auch das haben wir ohne Probleme Oder schaffen wir ohne Probleme Kein Problem für Connor, ne? Egal wie nass die Bäume sind und wie rutschig Er kann trotzdem drüber hüpfen Als wär's nichts Was haben wir denn da? Jagdgesellschaft Machen wir das doch mal kurz Mal wieder ein bisschen Missionen hier machen Wir sind in Concord Und ich seh, da vorne sind schon wieder Wachen oder so Ja So, die geben mir doch bestimmt hier irgendwie Jagdmissionen, ja gesund, so viele Tiere Oder sowas Da will ich drauf wetten Was hast du denn zu erzählen? Ein paar Leute wollten nicht weit von hier siedeln Aber einmal wohnt da schon ein großer Schwarzbär Mit einer Vorliebe für Menschenblut Erlege das Biest und ein paar gute Leute Wären dir sehr dankbar Deal Machen wir das? Machen wir das? Irgendwie leer die Karte auf einmal ist Da kann man spielen und das war's Achso, da ist das Ziel, okay Was ist da oben? Abenteurer Ah, okay Okay, 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 okay Das Weiße sind immer Dingsgeschichten So Da drüben ist auch noch was Das nehmen wir natürlich auch gleich mit Gönnen wir uns, wenn wir hier sind Vielen Dank Oh, jetzt schreitet das Huhn da ein Heftige Angelegenheit Dann halte ich mich mal lieber raus Eine weitere Feder Ja, das sind ja Finde ich ganz gut, dass Das einfach so Missionen sind Mach das Ich hol mir das Bring es dorthin Dann rede noch mit dem und dem Und der gibt dir dann das und das dafür Und das bringst du mir Einfach nur töten Schwarzbär Oder keine Ahnung, was das andere war Oh ja Oha, oha, oha Okay Na los, komm Zack Alter, ein Waffnen ist bei denen voll effektiv Oh, scheiße Und tschüss Oh ja Den hab ich schon mal erledigt Ach komm Was schluckt der denn alles hier Meine Fresse nochmal Alter, und jetzt bin ich Bekenntheitsgrad 3 Wie kann ich den denn In den Grenzland hier senken Schwuchtel Alter, wie viele Feinde hier auf einmal sind Was geht denn hier ab Will ich auch gar nicht Oh, verdammt Zack, zack Bam Ey Ach, scheiß drauf Laufen die jetzt vor mir weg Alter, wie geil war das denn Ich liebe diese Wenn zwei gleichzeitig angreifen Die Konter da Oh, oh Okay Greif mich an Danke Wie nett von ihm Alter Haben wir aber auch Hingerichtet Hier regelrecht Ja, so sieht's aus Wenn sich jemand mit mir anlegt Dann wird das kein ausgeglichener Kampf So, gerade hier die etwas Größeren Gegner plündere ich In der Hoffnung, dass sie mehr bei sich haben Und eine Sprengmine Oh Das ist doch gut Ein Hase Gut, das reicht auch erstmal Soll erstmal reichen Drucker bestechen Um Bekanntheitsgrad zu verringern Ja, und wie soll ich das hier bitte machen Ach, egal Ähm Alter, wie das Ding abdüst Oh, Bambi Bleib mal hier, Bambi Ich will dich töten Ist doch so ein Bambi-Vieh, oder? Also so ein kleines Reh Naja Wow Alter Dass man hier hin kann Hätte ich nicht gedacht Was liegt da bitte für ein Schiff vor Anker? Naja Alter Alter, ich brauch voll viele Fänge Für den Heino War pittige Weiher Davon hab ich ja schon ein paar Ich hatte von allen schon ein paar Aber Naja, ich hab's verkauft So Damit hätten wir auch die Geschichte hier abgehakt Nach? Ich würd sagen Ich mach jetzt einfach mal Da unten weiter Oder warte mal Ich muss da sowieso Ich guck mal, wie Weit Das hier quasi entfernt ist 200 Meter Komm, schwimm ich da kurz an die Küste Dann hab ich das Sonst müsste ich da so oder so nochmal wieder hin Alter Fast sternklarer Himmel Naja Aber trotzdem ist die Sicht gleich null durch den Regen Ist echt heftig Ah, so ein bisschen in der Nacht kraulen hier Durch das eiskalte Wasser bei Regen und Gewitter Das ist gesund Troy's Wood Sind wir Sagt mir gerade gar nichts Naja, egal Oder war ich da schon die ganze Zeit in Troy's Wood? Hm, schön matschig hier der Strand Sehr schön Die Feder ist hier oben drauf Begeben wir uns mal nach oben Oh, da muss man einmal außen rum Oder was? Hä? Ne Da bin ich Falsch hier Eine Aufwärmübung Eine Aufwärmübung Du bist tot Pissnaken Wollen die mich verarschen? Ah, geil Ich glaube, ich weiß, wie das hier geht Sag mal, ich glaube, es hackt bei dir, Junge Tapiss dich Na, nochmal Ach, komm schon Du hast doch eh keine Chance Jägerschnitzel So sieht's aus Warte kurz Ey, das ist unfair Aber was hast du davon? Geil Mit seiner Waffe Mit seinem Schwert Auch nicht schlecht Oh, verdammt Falsche Taste gedrückt Geil So Während der kurz nachlegt Trinke ich einen Schluck Oh, scheiße Da ist er auch schon fertig Dann plündert er halt eine Runde So Und wenn ich das richtig sehe Muss ich jetzt hier hochklettern Kranker Scheiß Alter Schwede Nicht schlecht Scheiße Nein Verdammt Jawohl Hat trotzdem geklappt BAM Alter, der wurde aber fett in den Boden gerammt hier Schön eingearbeitet Nee, du gehörst mir Ich liebe das Wie die fertig gemacht werden Einfach nur Heilige Scheiße Ey So, zwei Federn Die zwei Federn nehme ich noch mit Und dann mache ich noch mal was anderes Bisschen Abwechslung reinbringen Wie er sich freut Und glaubst du, ich komme jetzt angerannt Immer wieder schön Ich glaube, das wird mir nie langweilig werden Ah, hier kann man doch hoch Sehr gut Spare ich mir ein bisschen Umweg Muss ich nicht extra rumlaufen So, ich wurde gerade kurz gestört Entschuldigung dafür Wird aber gleich noch mal vorkommen Sag ich jetzt schon mal im Voraus Ja, komm her Zack, zack, zack Bam Was sind das eigentlich für Pissgestalten hier Sind die jetzt unterwegs, weil ich hier Auf Stufe 3 gesucht bin, oder Wie oder was So, von dort Von dort Von dort Aha, ja Hopp Stadtschreie beschrechen Bestechen Beschrechen Vor allem auch beschrechen Oh, was ist da vorne Das gucke ich mir doch mal aus der Nähe an Scheiße Hä Da unten ist doch Wird doch ein Feind angezeigt Ach, jetzt ist damit einmal einer, oder was Ach, verdammt Ach, verdammt Ist doch nicht so schwer hier Meine Fresse Ich will nur immer sofort schon angreifen Dann drücke ich Maustaste Bevor ich Leertaste gedrückt hab Ach, verdammt Schon wieder Das darf nicht wahr sein So, jetzt aber Ach, der nächste gleich hier Na los, komm her, Kollege Hallo Haha Ach, verdammt Ey Das finde ich gerade sehr Unfreundlich hier Zack Ey, du Pissnäke Schieb ab Verpiss dich